an ich immer mal ein Luftschloss oder sowas äh bauen kann ich glaube die Sonne kommt wieder und nicht ich bin mir nicht sicher die Welt nicht sehen und ich werde ich von befreien muss nicht so die ganze Zeit hoch und runter springen und hier und danke schön viel Schafio Prozent was ist das sieht mir nach einer Höhle aus hoffe ich mal aber das glaube ich nicht ich würde einfach mal schauen und und ist es eine Höhle oh ja sieht danach aus oder Jep sehr schön um das darf ich mir jetzt sind markieren und zwar mit wo auch viele ganz viel habe ich gefunden die haben jetzt machen mit Treppe so haben wir das kurs markierte und dahinten ist noch ein Wollblock um in Hübschel nicht vergessen Na gut okay das ist auch eine Kuh die muss ich töten scheiße ich brauch Kohle ist schlimm ohne Kohle geht gar nichts und da hast du das schwarze Schaf komm her ich will eine schwarze Wolle ja so nun ohne Fakten geht echt gar nichts ich hab ich so etwas tun was ich allerdings ich habe der Kau klar ich frage mich gerade was ich mit so viel Fleisch eigentlich will keine Ahnung hebe ich mir auf jeden Fall mal auf bis ich die Zombies anstelle. So, dann hier noch Leder, Koppelstong, kann ich hier noch reinmachen. Bull, doch, wolle das schön, das ist echt gut. Und Black Bull. So, was ist, ah, Flinter, das brauche ich eigentlich jetzt noch nicht. So, das Schwert kann ich auch wieder hier reinmachen. Sand sind drei, kann ich mal wieder in den Ofen reinhauen. So, 16 Glas. Werde die ganz schnell hier dran bringen. So, hat genau erreicht. Ähm, ja, scheiße. Ich hole mir jetzt einfach aus dem Keller ein paar Fackeln. Das heißt, aus der Höhle hier. Oh, was mache ich denn? So. Hier werde ich mir die Fackeln klauen. Brauche ich ja nicht mehr. Und dann brauche ich echt unbedingt Kohle. Das gibt's nicht. In meiner einen Welt hatte ich, glaube ich, bestimmt sieben Stacks von Kohle. Und hier, so gut wie nix. Na gut, sieben Fackeln. Na gut, ist nicht viel. Ist nicht viel. Und muss reichen. Fürs Erste. Und hier war das, ne? Äh, ja, ein Moment. So, Leute, wir sind wieder da. Äh, äh, eine ganz kurze Nröchung. Aber für euch wird das ja nicht, wird es ja nicht mehr sein wie eine Millisekunde oder sowas. Von dem her, wir gehen wieder zurück zu unserer Höhle. Schön hier markiert. Also ich hoffe mal, dass es eine Höhle ist mit so einem geilen Eingang. Japp. Geil. Ähm, habe ich Stein dabei? Nein, natürlich nicht. Aber ich habe dort dabei. Hier geht's auch noch weiter. Oh, jawoll. Lol. Okay, das war jetzt ein bisschen buggy. Wieso ist hier keine Kohle? Mensch. Jetzt gehen die Dingfachen schon wieder aus. Das nervt. Hm. Kann hier nicht mal Kohle sein. Hätte ich jetzt schon die Höhle gefunden? Wow! Holy crap. Meine Fresse habe ich mich erschrocken. Hier geht's ja weiter. Finde ich gut. Finde ich echt gut. Loll. Das ist ungeabsichtigt. Gibt's hier Kohle? Na, ich sehe selber nichts. Ist ja auch egal. Gehen wir wieder raus, bis wir Kohle gefunden haben. Oh, na scheiße. Wo war der Ausgang? Ach nee, Leute. Ich habe gesagt, dass es nicht wahr ist. Hier, oder? Ja, ich glaube es. Ob ist ja gesagt, ich habe es. Lol. Komm ich hier raus? Nein, Leute, bitte nicht. Ich bin hier gelandet. Scheiße. Ach. Wow. Okay. Orientierung ist wieder da. Und da hinten ist Kohle. damit ich hingehen ich hatte ich hätte auch nie einen Kohlemangel um echt zu sein ich glaube ich kaufe mir demnächst auch nicht kaufen hol mir einen Skin dann sieht das auch noch mal ein bisschen lustiger aus ich glaube hier hinten, ich sah auch noch mal der könnte auch eine Höhle sein gehe ich auch gleich mal hin nach der Kohle ne, sonst keine Kohle leider da so ähm wo ist es hin da ist es ja, sehr viel Kohle das habe ich gebraucht, danke echt ja, es fällt runter das geht ja gar nicht oh ja, sehr viel Kohle oh, sehr gut sehr gut so Kohle abgebaut gut richtig ist aber yep da tue ich jetzt aber extra äh, nur Fackeln machen, da ich ja die Höhle gefunden habe was ist denn das? hm wie geil das sieht ja genial aus haha das sieht ja genial aus finden fühle ich doch Kohle was natürlich immer gebrauchen können in einer Kohle Notlage oder sowas weiß nicht äh ich werde hier auch ganz kurz hin die bei den Krams Fackeln hinsetzen falls ich jetzt länger in der Höhle drin bin und ich in der Nacht rauskomme dass ich da irgendwie nicht in die falsche Richtung oder so ähnlich renne ja das ist bei mir immer so eine Sache mit der Orientierung manchmal bin ich in Höhlen ähm ewig lang rumgerückt das glaubt ihr gar nicht so 51 Dings äh Fackeln das ist gut 50 Fackeln auch gut ja da kommt schon die Nacht ein äh der Nachteinbruch lol hm geh ich mal hier rein wow Wasser und ein Dungeon höre ich so einfach mal was zur Markierung wo ich hergekommen bin hm so also zu orient oh Kohle 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 nee sehr gut das hab ich gebraucht sehr gut hm 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 sehr schön dann gehe ich auch hier gleich mal weiter noch mehr Kohle deswegen mag ich so das mag ich so an den Clays oder Dungeons oder Höhlen oder wie man es auch sagen mag ausdrücken mag habe ich noch viele Spitzhacken und eben noch eine passt schon das auch cool ja ich glaube es ja das sah gerade irgendwie komisch aus ok hier ist Sand hier geht es auch noch weiter ok ok dann kann ich das hier wieder mitnehmen soo wollen wir noch mal schauen was es hier noch so alles gibt oh ja richtig groß na gut hier gibt es nichts mehr weiteres gehe ich mal hier wieder zurück ja hier komme ich her das weiß ich ja durch die Fackel ok hm oh was ist denn ach schade ich dachte ich hätte was gefunden wie zum Beispiel Eisen oder sowas das ist aber nicht zu ich kann wieder hoch gehen ok 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 lol was ist hier denn los hier komme ich wieder raus lol ah ja doch doch ok Orientierung ist wieder da ok 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 hier noch ein paar Fackeln ok ok war ich hier schon mal ok nein oder ne ne war ich nicht denn sonst hätte ich das Eisen hier mitgenommen ja sehr gut oh gut dass ich dann auch nicht irgendwie extra graben muss oder sowas für die Höhle sondern dass ich hier die schon gefunden habe oh Kohle nice oh das ist wieder ein interessanterer Part finde ich also ich fände es interessanter wie davor irgendwie keine Ahnung ja das kann passieren wenn einen äh Kies überrascht ok ok was ist hier so Orientierung und Eisen oder ja sehr gut Ich darf auch nicht zu tief rein. Also, ich will schon tief rein, um möglichst viel zu finden und so. Allerdings, äh, ich will mich nicht, äh, verirren. Das wäre leicht scheiße. Oh, noch mehr Eisen. Hm, nur ein Eisenblock? Okay. Wo geht es denn hier rein? No, nein, ich gehe wieder zurück. Hier komme ich, hier. Hm, ich will cool, habe ich da, habe ich noch was gut. Dann mache ich mir noch ein paar fackeln. Oh mein Gott. Nein, da gehe ich nicht lang. Sicher nicht. Ich werde mich nicht in den Abgrund stürzen. Ja, hier geht es lang. Da komme ich her. Da hinten ist noch Kohle. So. Hier geht es auch noch weiter. Oh je, ist die Hülle groß. Wow. Das ist das Eisen, dann die Kohle. Nein, das hat jetzt nichts mit Geld oder sowas zu tun. Okay, dann auf zur Kohle. Und ich werde die Spitzhacke hier noch verbrauchen. Ich habe zwar noch eine, aber dann werde ich auch erstmal zurückgehen. Ruhstoffe in Sicherheit bringen. Vielleicht ist ja auch dann wieder Tag. Und ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Okay, dann kann ich jetzt wieder zurückgehen. Okay, hier ist noch Eisen. Geil. Wow, viel Eisen. Vielleicht finde ich auch Lava oder sowas. Oder Diamant wäre auch genial. Hm. Was soll das sein? Da gehe ich nicht lang. Ich folge den Fackeln. Scheiße. Nein. Wow. Dungeon. Jawoll. Geil, Leute. Oh, oh. Geil, Leute. Das ist genial. Wenn ich jetzt die Theorie, wenn ich jetzt den Manns das anhätte, wäre ich tot. Aber sowas von... Geil. Hehe. Genial. Das ist geil. Ich versuche jetzt...